Port Shields down. Missiles inbound. Das ist echt schwierig. Oh, den krieg ich. Das ist gut. Sehr gut. Ha! Threat Level orange. Auf einmal ist es da nicht mehr ganz so schwierig. Target locked. So, andere Seite zeigen wir. Da ist die Hülle nämlich down. Ein bisschen früh vielleicht abgeschossen. Oder? Okay, geht. So, machen die alle platt. So, den auch. Hey, guck mal. Kein Hindernis. Bist du den Wavepoint rausnehmen? Mhm. Und jetzt, was soll ich hier tun? Hmm. Skälen. Hmm. Ich sehe nichts. Skälen. Hmm. Das ist ja komisch, was soll ich jetzt machen? Okay, dahin muss ich anscheinend hin. Darf ich auf den? Ich muss mal die andere Seite zudrehen. Alles aufnehmen? Dankeschön. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Ich habe kaum noch Raketen, ey. Na egal. Dann muss es halt sein, wir probieren es einfach aus. Das ist echt gleich um die Ecke, ne? Aber ich habe gute Hoffnung, dass wir es schaffen. Ich hoffe es jetzt wirklich, ey. Wie, wenn ich. Scheiße, die sind ja noch größere Schiffe. Oh, Kacaman. Ordnance blown. Missiles inbound. Deflectors depleted. Ordnance depleted. Missiles inbound. Deflectors depleted. Oh, Kacaman. Oh, Kacaman. Wie sind die hier? Moving to engage. Missiles inbound. Stubber shields down. Deflectors depleted. Missiles inbound. Stubber shields down. Kacke. Das wird nicht gut ausgehen, das wird nicht gut ausgehen. Oho... Können wir die Laser nicht aufholen? Ich merke schon. Können wir auch nicht trotzdem einsen. So, bitte schneller. So, den habe ich gleich. Gott sei Dank. Da haben wir den nächsten. Ich kann nur noch mit Laserplug machen, das ist bewusst. Obwohl... Hey, der hat schon ganz schön gelitten. Das war wirklich unser Kumpel hier. Sehr schön. So, den nächsten bitte. Den der Platt machen muss. Komm schon. Komm schon. Komm schon auf die. Ja. Hehehehe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was wir das hier schaffen. Scan. Da sind noch welche anscheinend. Das war das. Ich habe so recht. Ich habe so recht. Dissens aus. Dissens inbound. Deflektoren des cleares. Dissens brachte wohl. Wo ist mein Jäger? Welche Woche? Genau, sehr schön. Oh, nicht raus da drin. Den krieg ich noch. So, Seite wechseln. Oh, ich hab dich würde ich sagen. Ich hab dich. Boah, Alter, du willst es wissen, ne? Ich brauch erstmal eine weitere Station. Ich kann erstmal nicht hier. Übel, wie viel soll ich denn noch? Aber, was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass wir Very High schaffen. Das heißt, anscheinend ist gar nicht so viel zu sagen, wie mein Schiff ausgerüstet ist, sondern wir wissen jetzt einfach nur, okay, mit diesem Schiff können wir zumindest Very High Emissionen erledigen. Dank unseres Wingmans natürlich auch. Denn das eine oder andere Schiff hat ja ganz schön runtergeputzt, ne? So hätte ich nicht gedacht. Ah, beste Investition. Aber ich hoffe bloß, ich hab jetzt genug Knete durch die Verkäufe von den Gegenständen, die ich eingesammelt habe. dass ich, ähm, die Hülle und alles reparieren kann und die Raketen auffüllen kann, weil ansonsten haben wir ja gar nichts mehr. Ha. Ja, das ist echt ein bisschen kacke. Okay, gut, doch, das hat einiges gebracht. Sehr schön. Das müsste normalerweise für alles reichen, wobei ich mag mich da noch nicht festlegen. Mal gucken, wie viel der Reparaturkasten soll. 1.000, ja. Gut. Ja. So, halt mal schauen. Wir könnten die nächste bessere Hülle nehmen. Das machen wir auch mal. Na ja, sicher, ne? 400. Und das ist 670. Das ist schon eine ganze Menge mehr. Was ist das hier? Achso, das ist das mit 670. Ja, genau. Ja, das, ähm, ist etliches mehr. Deshalb, das nehmen wir dann auch. Ha. So, das heißt dann beim nächsten Mal hier. Ja, genau. Das heißt dann beim nächsten Mal. ń. Ja, genau.